Herzlich Willkommen bei DIVIS und TAIKESHES SHOW Heute zeigen wir Ihnen die Special-Szenen aus 2004. Herzlich Eingereitig ist auch Bobo. Bobo wird zuerst seine Super-Killer-Ball-Attacke zeigen. Auf geht's Bobo. Auf geht's. So, hier sind wir jetzt an den Platz der Killer-Ball-Attacke angelangt. Hier ist der Ball. Bobo hat sich vier Jahre auf diesen Ball-Killer-Ball-Attacke vorbereitet. Bobo, ich erteile dir den Befehl. Mach einen Bauch, Platscher und fass den Ball. Jetzt! Bobo. Bobo, du hast die Aufgabe nicht erfüllt. Zur Strafe darfst du uns noch eine Zähne, noch eine Aufgabe präsentieren. Zu 2004. Bobo, wie gesagt, du hast deine Aufgabe nicht erfüllt. Als Bestrafung wirst du uns den Killer-Loop sechsfach hier und jetzt präsentieren. Ich hoffe, dass die Gäste sich sehr amüsieren werden. Bobo, ich erteile dir den Befehl. Sechsfacher Killer-Loop. Jetzt! Bobo, du hast deine Aufgabe wieder nicht erfüllt. Mit fünf hast du sie nicht erfüllt. Ich hab klar und deutlich gesagt, sechs Killer-Loops. Okay? Bobo, als Strafe kriegst du die maximale Bestrafung. Du gehst jetzt unter den Tannenzapfen, unter den Tannenbaum, stellst dich darunter und meine schöne Assistentin wird fünf Sekunden lang den Tannenbaum schütteln. Hab ich wirklich die Strafe verdient? Heute werden wir nicht die Zuschauer befragen, die das Gericht hat entschieden. Das Urteil ist gefällt. Maximale Strafe. Müsst ihr nicht hochgelaufen kommen? Martin, sollen die nicht erst hoch? Ich bin ein Zeige vor Zene. Ich bin ein Zeige. Jeg hab keine Abs애ke verlone. Wien Cheng Lu wird diese Strafe jetzt nun durchführen, unter der chinesischen schönsten Fichte, fünf Sekunden lang mit dem Hammerschlag. Befehl freigegeben. Und jetzt geht's los! Oh, die Bucket volle! So, das war wieder Dibby's Takeshi Kastel. Ich bedanke mich herzlich bei den Zuschauern und bei den Darstellern. Und frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr!